Wir sind die Ersten heute am 24. hier und ich trage jetzt hier gerade den 24. ein, das muss man an jeder Hütte machen und freue mich gerade, dass ich hier meinen ganzen Namen eintragen kann und wir die Ersten hier sind. Das ist mal richtig cool. So läuft das. Wir haben jetzt unser Basecamp erreicht, das Barafu Camp Schneecamp. Hier trifft sich jetzt quasi alles, was auf den Berg rauf möchte, von dem Berg runter möchte. Wir sind die Ersten am heutigen, dem 24. Dezember gewesen und machen jetzt noch einen kleinen Akklimatisierungsmarsch, so auf 5000 Meter. Das ist der Vorteil, wenn man ganz vorne dabei ist und danach wird ein bisschen gechillt hier und schließlich geht es in der Nacht irgendwann los und von hier aus braucht man bis zum Gipfel circa vier bis fünf Stunden bei unserer Gehgeschwindigkeit. Im Allgemeinen spricht man von sechs bis sieben.